Jedes Museum ist voller Überraschungen. Dieses hier ist ein ganz besonderes Museum. Kommt einfach mit! Das Besondere an diesem Museum ist, es liegt unterhalb des Saarbrücker Schlosses. Und dieses Schloss wiederum wurde auf den Ruinen einer mittelalterlichen Burg erbaut. Diese Ruinen sind in das Museum integriert. Hier, in diesen Gängen, sind wir jetzt tatsächlich 14 Meter unter dem Schlossplatz. Das ist faszinierend, oder? Aber es ist bei weitem nicht alles, was dieses Museum zu bieten hat. Hier, im Historischen Museum Saar, wird 200 Jahre spannende Geschichte erzählt. Die Geschichte des Saarlands. Von der Kaiserzeit über den Ersten Weltkrieg und das Saargebiet, den Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit und die Saarstaatzeit. Warum die Geschichte dieses kleinen Landes so spannend ist? Nun, das Saarland war im Laufe der letzten 200 Jahre bayerisch-preußisch, deutsch, dann international unter der Verwaltung des Völkerbundes, abermals deutsch, kurzzeitig sogar ein eigener Staat und ist seit 1957 ein Teil der Bundesrepublik Deutschland. Ein eigener Staat? Ja, zwar unter französischem Einfluss, aber mit eigener Verfassung, Flagge und sogar einer eigenen Fußball-Nationalmannschaft. Die nahm an der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 teil. Sie scheiterte ausgerechnet an den Nachbarn der Bundesrepublik Deutschland. Immerhin der spätere Weltmeister. Die Geschichte geht natürlich weiter. Das Historische Museum Saar aktualisiert ständig die Sammlung und bietet auch neue, ganz besondere Exponate. Ein Besuch hier lohnt sich also auf jeden Fall. Ein Besuch hier lohnt sich also auf jeden Fall. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Ein Besuch hier lohnt sich also auf jeden Fall. Geht euch, ganz besondere Ausatmen.